So, wo ist der Wolfie? Wolfie? Wolfie! Wolfie! Okay, jetzt können wir nochmal hin. Hier ist dieser Berg. Da sieht echt nicht schlecht aus. Creeper! Let's attack a Creeper! Da 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 da! Da da da! Da! Stimmt! Nein! Die Blumen hat mich nicht angebracht! Creeper, du nervst! Geh verrecken! taught! Uuuuuch, der schreit nach TNT! Er sagt schon ‫ Oh, ja, weiter! Ruhi. Weg rein! Weil der Bombuso ist nurumuz uniquely klug. Hä? Die Blöcke! Wegenleine! rein, nein, weil der Baum böse ist. Noooots. Das Wasser sieht übrigens ziemlich genial aus. Heute eine wunderschöne, eine wunderschöne Tag. Schab, dab, di, dub, di, dub, di, dub, bum, bum. Erkennt das Gras nicht? No, das tarnst du nicht. Das tarnst du nicht. Das tarnst du nicht als ein bisschen? Gut, krasst schon. Ich finde auch hier die Werkbench ziemlich gut. Booms. Ja, Schaufel, follow in. Mh, ha, 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 kann schaufeln. Und ich denke mal, ich könnte mal sehen, ob ich da hinten noch eine tolle Konstellation finde. Moment. Ja, das geh ich noch mal hin. Wahnsinn. Okay, fällt. Nom 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 nom. Urgh, Wasser. Nein. Super. Das ist auch hier noch. Brrrr. Und hier. Nice Schoffer und so. Ja, Leute. Und hiermit in diesem Blumenmeer beenden wir es mit dem Let's Show. Ich werde euch in die Beschreibung packen, alle Texte, Packs, die ich benutzt habe hier. In der Reihenfolge. Und see ya. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.